heute ganz wichtiges thema thema schlaf warum ist schlafen so wichtig für einen sportler wie kann man vielleicht mit dem richtigen schlaf sein muskelwachstum beeinflussen und wie halte ich es mit dem schlafen das ist so das thema heute ganz wichtig es gibt viele neue studien die zeigen dass nicht nur zu wenig schlaf gefährlich ist sondern anscheinend auch zu viel man hat gezeigt dass im mittel im durchschnitt leute die wesentlich mehr als acht acht einhalb stunden schlafen kürzer leben jetzt eher korrelative studien also sehr große studien was man davon hält ist kann man ein bisschen darüber streiten wichtig ist aber tatsächlich dass man nicht zu kurz und auch nicht zu lange schlafen soll nun gibt es viele die die euch vielleicht sagen werden ja muss man immer schauen ist von körper zu körper unterschiedlich ich bin ganz klar der meinung dass man zwischen siebeneinhalb und acht stunden schlafen sollte in der nacht warum das ganze der schlaf teilt sich in vier schlafstadien ein und eine remschlafphase das heißt es gibt praktisch so fünf stufen die der körper nachts regelmäßig durchläuft und besonders in dieser tiefschlafphase also in der phase in der wir erst ein bisschen später reinkommen die dann wiederholt wird gibt es eine sehr hohe wachstumshormone ausschüttungen wachstumshormone hatten wir schon an anderer stelle sind die hormone die wirklich für die muskelregeneration zuständig sind die für den muskelaufbau zuständig sind die wir auf jeden fall haben wollen die letzte tiefschlafphase ist jedoch recht spät das heißt ich habe mir mal so schlafphasen von von sehr vielen menschen angeschaut und die letzte tiefschlafphase ist zum teil erst so nach sechseinhalb sieben stunden das heißt um die auch noch mitzunehmen brauchen wir wirklich mindestens diese sieben siebeneinhalb stunden schlaf und das werdet ihr auch merken wenn ihr wirklich so ab siebeneinhalb stunden schlaft bis acht stunden werdet ihr wirklich auf eine längere zeit gesehen wirklich mehr erfolge erzielen mein tipp auf jeden fall siebeneinhalb bis acht stunden danach powernapping 15 minuten zeige ich noch in einem anderen video wie das alles so funktioniert dann habt ihr wirklich die ideale schlafdauer der schlaf ist wirklich ganz wichtig auch für den ganzen tagesverlauf das heißt ihr wollt ja auch fit sein ihr wollt gut trainieren können hat auch ganz viel mit dem cortisol spiegel zu tun also mit mehreren hormonen die dann auch wirklich im gleichgewicht gebracht werden also schlaf ganz ganz wichtig besonders für den sportler ihr wisst die muskeln wachsen nicht beim training sondern in der regeneration und diese regeneration ist eben am schlaf oder beim schlafen einfach sehr sehr groß gibt sehr sehr viele studien die zeigen dass verletzungen schneller heilen wenn man richtig lange schläft und so weiter also denkt einfach daran ich will euch jetzt nicht zu lange mit dem thema überfordern weil es wirklich ein sehr sehr komplexes thema ist richtige schlafdauer sieben ein halb bis acht stunden schlafen probiert mal aus verspreche euch dass es wirklich einiges bringt danach 15 minuten nachmittags ein bisschen powernapping also haltet euch dran und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal